Umwandlung und Heilung Der Fluss der Gefühle Unsere Gefühle spielen eine sehr große Rolle, weil sie unser gesamtes Denken und Handeln bestimmen. In uns strömt ein Fluss der Gefühle, in dem jeder Wassertropfen ein anderes Gefühl ist, und jedes Gefühl kann ohne all die anderen gar nicht sein. Möchten wir diesen Fluss betrachten, setzen wir uns einfach an sein Ufer und stellen fest, welches Gefühl auftaucht, vorüberfließt und verschwindet. Wir kennen drei Arten von Gefühlen, angenehme, unangenehme und neutrale. Ein unangenehmes Gefühl würden wir vielleicht gern loswerden. Es ist jedoch wirksamer, unser bewusstes Atmen wieder aufzunehmen, wobei wir das Gefühl einfach beobachten und es still für uns in Worte fassen. Beim Einatmen weiß ich, dass ein unangenehmes Gefühl in mir ist. Beim Ausatmen weiß ich, dass ein unangenehmes Gefühl in mir ist. Wenn wir ein Gefühl mit seinem Namen benennen, wie zum Beispiel Wut, Kummer, Freude oder Glück, können wir es deutlicher identifizieren und klarer erkennen. Wir können unseren Atem benutzen, um mit den Gefühlen in Verbindung zu sein und sie zu akzeptieren. Ist als natürliche Folge des bewussten Atmens unser Atem leicht und ruhig, werden allmählich auch Geist und Körper leicht, ruhig und klar und die Gefühle ebenso. Aufmerksames Beobachten beruht auf dem Prinzip der Nicht-Dualität. Unser Gefühl ist nicht von uns getrennt oder wird nicht bloß von etwas hervorgerufen, was außerhalb unserer Selbst ist. Das Gefühl und wir sind eins, und für den Augenblick sind wir jenes Gefühl. Das Gefühl betäubt oder schreckt uns nicht, und wir müssen es auch nicht. Die Haltung, in der wir uns weder an unsere Gefühle klammern noch sie ablehnen, ist die des Loslassens, die beim Üben der Meditation eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir unseren unangenehmen Gefühlen mit Achtsamkeit, Liebe und Gewaltlosigkeit ins Auge blicken, können wir sie in die Art von Energie umwandeln, die gesund für uns ist und uns stärken kann. In der Arbeit der achtsamen Beobachtung können uns die unangenehmen Gefühle vieles erhellen, weil sie uns Einsichten in uns selbst und die Gesellschaft bieten und unser Verständnis vertiefen. Umwandeln statt operieren Die westliche Medizin legt zu viel Gewicht auf operative Eingriffe. Die Ärzte wollen das Herausnehmen, was unerwünscht ist. Wenn im Körper etwas nicht in Ordnung ist, raten sie allzu oft zu einer Operation. In der modernen Psychotherapie wird oftmals ähnlich vorgegangen. Die Therapeuten möchten uns helfen, das Unerwünschte wegzuwerfen und nur das zu behalten, was erwünscht ist. Dabei bleibt vielleicht nicht eben viel übrig. Wenn wir versuchen, das wegzuwerfen, was uns nicht gefällt, werfen wir womöglich das meiste von uns weg. Statt so zu tun, als könnten wir frei über Teile unserer Selbst verfügen, sollten wir lieber die Kunst des Umwandelns lernen. Wir können zum Beispiel unsere Wut in etwas Heilsameres verwandeln, etwa in Verständnis. Wir sind nicht auf eine Operation angewiesen, um unsere Wut loszuwerden. Ärgern wir uns über die Wut, haben wir auf einmal doppelten Ärger. Wir brauchen sie nur mit Liebe und Achtsamkeit zu beobachten. Kümmern wir uns auf diese Weise um unsere Wut und versuchen nicht vor ihr wegzulaufen, wird sie sich verwandeln. So entsteht Frieden. Wenn wir in uns selbst friedfertig sind, können wir mit unserer Wut Frieden schließen. Wir können auf die gleiche Weise mit Depressionen, Angst, Furcht und allen anderen unangenehmen Gefühlen umgehen. Gefühle wandeln Der erste Schritt im Umgang mit unseren Gefühlen besteht darin, Notiz von jedem Einzelnen zu nehmen, sobald es aufsteigt. Das Mittel dazu ist die Achtsamkeit. Im Fall von Angst beispielsweise, bringst du deine Achtsamkeit ins Spiel, betrachtest dir Angst und erkennst sie als solche. Du weißt, die Angst kommt aus dir und die Achtsamkeit kommt ebenso aus dir. Beide sind in dir, bekämpfen sich nicht, sondern eins kümmert sich um das andere. Beim zweiten Schritt werden wir eins mit dem Gefühl. Wir sagen lieber nicht, weg mit dir Angst, ich mag dich nicht, du bist nicht ich. Viel wirksamer ist, Hallo Angst, wie geht es dir heute? Dann kannst du die beiden Aspekte von dir, Achtsamkeit und Furcht, höflich bitten, sich als Freunde die Hände zu reichen und eins zu werden. Dieses Vorgehen mag dir vielleicht Angst machen, aber da du weißt, dass du mehr als nur deine Angst bist, brauchst du keine Angst zu haben. Solange die Achtsamkeit da ist, hat die Angst eine Begleiterin. Die grundlegende Übung besteht darin, deine Achtsamkeit mit dem bewussten Atmen zu stärken, damit sie lebendig und fest ist und da bleibt. Deine Achtsamkeit mag zu Beginn vielleicht nicht gerade stark sein, aber wenn du ihr Nahrung gibst, wird sie an Kraft gewinnen. Solange die Achtsamkeit da ist, wird die Angst dich nicht betäuben. In dem Augenblick, wo du die Achtsamkeit in dir entstehen lässt, beginnst du nämlich schon, die Angst umzuwandeln. Der dritte Schritt soll das Gefühl beruhigen. Während deine Angst bei der Achtsamkeit in guten Händen ist, beginnst du sie zu beruhigen. Beim Einatmen bringe ich Ruhe in die Tätigkeiten von Körper und Geist. Du bringst dadurch Ruhe in dein Gefühl, dass du einfach bei ihm bist, wie eine Mutter, die ihr weinendes Baby zärtlich hält. Das kleine Kind fühlt die Zärtlichkeit seiner Mutter, beruhigt sich und hört auf zu weinen. Die Mutter ist eine Achtsamkeit, aus der Tiefe des Bewusstseins geboren, und sie wird sich um deine Schmerzen kümmern. Eine Mutter, die ihr Baby hält, ist eins mit ihm. Hat die Mutter andere Dinge im Kopf, wird sich das Baby nicht beruhigen. Die Mutter muss alles andere vergessen und nur ihr Baby halten. Du gehst also deinem Gefühl nicht aus dem Weg. Du sagst nicht, du bist nicht wichtig, du bist bloß ein Gefühl. Komm und sei eins mit ihm. Du kannst sagen, beim Ausatmen beruhige ich meine Angst. Der vierte Schritt soll das Gefühl freigeben, es loslassen. Aufgrund deiner Ruhe fühlst du dich selbst inmitten der Angst wohl, und du weißt, sie wird sich nicht zu etwas auswachsen, was dich überwältigen könnte. Wenn du weißt, dass du fähig bist, nach deiner Angst zu sehen, ist sie schon auf ein Minimum reduziert. Sie wird schwächer und ist nicht mehr so unangenehm. Jetzt kannst du über sie lächeln und sie loslassen. Aber hör hier bitte noch nicht auf. Beruhigen und Loslassen sind Arzneien, die nur auf die Symptome wirken. Du hast jetzt eine Gelegenheit, tiefer zu gehen und daran zu arbeiten, die Quelle deiner Angst zu verwandeln. Der fünfte Schritt besteht darin, genau hinzusehen. Du siehst dir dein Baby, dein Gefühl der Angst, genau an, um festzustellen, was nicht in Ordnung ist, auch wenn das Baby schon nicht mehr weint, wenn die Angst verschwunden ist. Du kannst dein Baby nicht die ganze Zeit halten, und deshalb musste es dir genau ansehen, um den Grund herauszufinden, warum etwas nicht in Ordnung ist. Durch das Hinsehen wirst du entdecken, was dir helfen wird, einen Anfang mit der Umwandlung des Gefühls zu machen. Du wirst zum Beispiel erkennen, dass das Leiden des Babys viele Gründe hat, die sowohl in seinem Körper wie außerhalb liegen. Wenn etwas in seiner Umgebung nicht stimmt und du das in Ordnung bringst, indem du Zärtlichkeit und Achtsamkeit in die Situation einfließen lässt, wird es sich besser fühlen. Du untersuchst dein Baby und siehst die wesentlichen Faktoren, die es zum Weinen bringen. Und wenn du sie siehst, weißt du auch, was du tun und lassen musst, um das Gefühl umzuwandeln und frei zu sein. Der Vorgang ähnelt der Psychotherapie. Gemeinsam mit dem Patienten sieht sich der Therapeut an, wie der Schmerz beschaffen ist. Oft kann der Therapeut Gründe für das Leiden aufdecken, die auf die Art und Weise zurückzuführen sind, wie der Patient die Dinge betrachtet, wie er seine Kultur und die Welt sieht und welche Meinung er von sich selbst hat. Der Therapeut untersucht diese Ansichten und Meinungen mit dem Patienten und die gemeinsame Arbeit hilft dem Patienten, aus dem Gefängnis herauszukommen, in das er geraten ist. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Bemühungen des Patienten. Ein Lehrer muss im Schüler den Lehrer ans Licht bringen, ein Psychotherapeut den Psychotherapeuten in seinem Patienten zum Leben erwecken. Der innere Psychotherapeut des Patienten kann dann ständig auf wirkungsvolle Weise tätig werden. Bei der Behandlung des Patienten geht der Therapeut nicht so vor, dass er ihm einfach ein anderes Bündel von Meinungen und Ansichten gibt. Er versucht ihm die Augen dafür zu öffnen, welche Gedanken und Anschauungen zu diesem Leiden geführt haben. Viele Patienten möchten ihre quälenden Gefühle loswerden, die Ansichten und Standpunkte aber, in denen die Gefühle eigentlich ihren Ursprung haben, wollen sie nicht aufgeben. Therapeut und Patient müssen also zusammenarbeiten, damit der Patient die Dinge sehen kann, wie sie sind. Das Gleiche gilt, wenn wir unsere Achtsamkeit einsetzen, um unsere Gefühle umzuwandeln. Wenn wir uns dem Gefühl gestellt haben, eins mit ihm werden, es beruhigen und loslassen, können wir einen tiefen Blick auf seine Ursachen werfen, die häufig auf falschen Vorstellungen beruhen. Sobald wir Ursachen und Wesen unserer Gefühle verstehen, beginnen sie sich zu verwandeln. Achtsamkeit und Wut Wut ist ein unangenehmes Gefühl. Sie gleicht einer lodernden Flamme, die unsere Selbstbeherrschung verglühen und uns Dinge sagen oder tun lässt, die wir später bedauern. Wenn jemand wütend ist, können wir deutlich erkennen, dass er oder sie in der Hölle stecken. Die Hölle ist aus Wut und Hass gebaut. Ein Geist frei von Wut ist gelassen, frisch und klug. Das Freisein von Ärger ist die Grundlage wirklichen Glücks, die Grundlage von Liebe und Mitleid. Wenn wir das Licht der Achtsamkeit auf unsere Wut richten, wird sie gleich ein bisschen weniger destruktiv. Wir können uns sagen, beim Einatmen weiß ich, dass Wut in mir ist. Beim Ausatmen weiß ich, dass ich meine Wut bin. Wenn wir dicht an unserem Auge bleiben, während wir unsere Wut erkennen und achtsam betrachten, kann sie unser Bewusstsein nicht länger allein beherrschen. Wir können unsere Bewusstheit auffordern, Begleiterin unserer Wut zu sein. Die Bewusstheit will unsere Wut weder unterdrücken noch verjagen. Sie beschäftigt sich nur sorgsam mit ihr. Wir haben es hier mit einem sehr wichtigen Grundsatz zu tun. Achtsamkeit ist keine Richterin. Sie ist eher wie eine ältere Schwester, die sich liebevoll und fürsorglich um ihre jüngere Schwester kümmert und ihr Ruhe gibt. Wir können uns auf den Atem konzentrieren, damit die Achtsamkeit erhalten bleibt und wir uns ganz erkennen. Wenn wir uns ärgern, sind wir gewöhnlich kaum geneigt, zu uns selbst zurückzufinden. Wir möchten unsere Gedanken auf die Menschen lenken, die uns wütend machen, auf ihre hassenswerten Seiten, Gruppheit, Unaufrichtigkeit, Unmenschlichkeit, Bosheit usw. Je mehr wir über sie nachdenken, je länger wir sie anhören oder ansehen, desto heißer lodert unsere Wut. Ihre Unaufrichtigkeit und Abscheulichkeit können wirklich eingebildet oder übertrieben sein, doch die Wurzel des Problems ist eigentlich die Wut. Wir müssen zu uns selbst zurückkehren und erst einmal einen Blick in unser Inneres werfen. Am besten hören oder sehen wir uns die Person auch an, die wir für die Ursache unserer Wut halten. Wie ein Feuerwehrmann sollten wir zunächst die Flammen mit Wasser bekämpfen und keine Zeit damit verlieren, diejenigen zu suchen, die das Haus angezündet haben. Beim Einatmen weiß ich, dass ich wütend bin. Beim Ausatmen weiß ich, dass ich alle Energie dafür einsetzen muss, mich um meine Wut zu kümmern. Wir vermeiden es also, über die anderen Menschen nachzudenken und tun oder sagen auch nichts, solange unsere Wut anhält. Lassen wir uns mit ganzer Kraft auf die Betrachtung unserer Wut ein, können wir keinen Schaden anrichten, den wir später bedauern müssten. Wenn wir wütend sind, ist die Wut eins mit unserem Ich. Sie zu unterdrücken oder zu verscheuchen, bedeutet unser Ich zu unterdrücken oder zu verscheuchen. Wenn wir froh sind, sind wir die Fröhlichkeit. Wenn wir wütend sind, sind wir die Wut. Steigt die Wut in uns auf, können wir bewusst wahrnehmen, dass die Wut eine Energie in uns ist. Und wir können diese Energie akzeptieren, um sie in eine andere Form umzuwandeln. Betrachten wir einen Komposthaufen mit pflanzlichem Abfall, der sich zersetzt und übel riecht, wissen wir, dass wir den Abfall in prächtige Blumen verwandeln können. Zunächst mögen uns Kompost und Blumen als Gegensatz erscheinen. Doch wenn wir tief hinsehen, erkennen wir, dass die Blumen schon im Kompost enthalten sind und der Kompost schon in den Blumen. Es dauert nur ein paar Wochen, bis eine Blume sich zersetzt hat. Wenn eine gute biologische Gärtnerin ihren Kompost betrachtet, kann sie das sehen. Sie spürt dann weder Trauer noch Abscheu. Sie weiß die verrottenden Stoffe vielmehr zu schätzen und hat nichts gegen sie. Es dauert nur ein paar Monate und aus dem Kompost wachsen Blumen. Im Zusammenhang mit unserer Wut sind wir auf die Einsicht und die nicht-dualistische Betrachtungsweise der biologischen Gärtnerin angewiesen. Wir brauchen keine Angst vor unserer Wut zu haben und müssen sie auch nicht verwerflich finden. Wir wissen, dass Wut eine Art Kompost sein kann, der die Kraft hat, etwas Schönes hervorzubringen. Wir brauchen Wut, wie die biologischen Gärten auf den Kompost angewiesen sind. Wenn wir wissen, wie wir unsere Wut annehmen können, ist schon ein wenig Frieden und Freude in uns. Allmählich können wir Wut vollständig in Frieden, Liebe und Verständnis umwandeln. Kissenschlacht Wut herauszulassen ist nicht unbedingt die beste Art, mit ihr umzugehen. Wenn wir sie auslassen, üben oder studieren wir sie möglicherweise ein, worauf sie in den Tiefen unseres Bewusstseins stärke Wurzel schlägt. Lassen wir den Ärger an den Menschen aus, auf die wir wütend sind, kann einiger Schaden entstehen. Manche von uns gehen vielleicht lieber in ihr Zimmer, schließen die Tür ab und schlagen auf ein Kissen ein. Wir nennen das Fühlung mit unserer Wut aufnehmen. Ich glaube, dass wir so überhaupt nicht in Fühlung mit unserer Wut kommen. Ich bin sogar der Ansicht, dass wir nicht einmal Fühlung mit unserem Kissen aufnehmen. Wenn wir wirklich in Fühlung mit dem Kissen sind, wissen wir, was ein Kissen ist und wir werden nicht darauf herumhauen. Diese Technik kann freilich vorübergehend Wirkung zeigen. Wir werden reichlich energielos, sind nach einiger Zeit erschöpft und fühlen uns besser. Die Wurzeln unserer Wut bleiben jedoch unberührt. Und wenn wir uns nahrhaftes Essen einverleiben, wird sich unsere Energie erneuern. Werden die Samen unserer Wut wieder begossen, sprießen sie von Neuem und wir können uns nochmals das Kissen vornehmen. Die einsame Schlacht mit dem Kissen kann uns eine Erleichterung verschaffen, die allerdings nicht lange vorhalten wird. Eine wirkliche Umwandlung kann nur geschehen, wenn wir uns mit den Wurzeln unserer Wut auseinandersetzen, wenn wir uns ihre Gründe genau ansehen. Tun wir das nicht, werden die Samen der Wut von Neuem sprießen. Üben wir achtsames Leben und pflanzen neu, gesunde, heilende Samen, werden sie sich unserer Wut annehmen und sie vielleicht verwandeln, ohne dass wir sie eigens dazu auffordern müssten. Unsere Achtsamkeit wird dafür sorgen, wie der Sonnenschein für die Pflanzen sorgt. Das Sonnenlicht scheint nicht viel zu tun, es scheint nur einfach auf die Pflanzen und verwandelt trotzdem alles. Mohnblüten schließen sich, wenn es dunkel wird. Doch scheint die Sonne ein oder zwei Stunden auf sie, öffnen sie sich wieder. Die Sonne dringt in die Blüten ein und an einem gewissen Punkt können sie nicht wieder stehen und müssen sich einfach öffnen. Üben wir Achtsamkeit stetig, wird sie auf die gleiche Weise eine Art Verwandlung in der Blüte unserer Wut hervorrufen, die sich öffnet und uns ihr Wesen offenbaren wird. Erst wenn wir das Wesen, die Wurzeln unserer Wut verstehen, werden wir frei von ihr sein. Meditation im Gehen für die Wut Wenn in uns Wut aufsteigt, zieht es uns vielleicht ins Freie, zur Meditation im Gehen. Die frische Luft, die grünen Bäume und die Pflanzen werden uns eine große Hilfe sein. Wir können auf folgende Weise üben. Beim Einatmen weiß ich, ich bin wütend. Beim Ausatmen weiß ich, die Wut, das bin ich. Beim Einatmen weiß ich, die Wut ist unangenehm. Beim Ausatmen weiß ich, das Gefühl wird vergehen. Beim Einatmen bin ich ruhig. Beim Ausatmen bin ich stark genug, mich um die Wut zu kümmern. Damit das unangenehme Gefühl, das durch die Wut entsteht, schwächer wird, widmen wir uns mit Leib und Seele dem Üben, der Meditation im Gehen. Wir verbinden unseren Atem mit unseren Schritten und spüren mit ganzer Achtsamkeit, wie sich unsere Füße und die Erde berühren. Beim Gehen sprechen wir den Vers und warten, bis wir ausreichend ruhig sind, um die Wut direkt anzusehen. Bis dahin können wir unser Atmen und Gehen und die Schönheiten der Umgebung genießen. Nach einer Weile wird sich unsere Wut legen und wir werden uns stärker fühlen. Dann können wir die Wut direkt betrachten und versuchen, sie zu verstehen. Wir kochen unsere Kartoffeln. Wenn wir die achtsame Betrachtung eine Weile geübt haben, beginnen wir dank der Leuchtkraft der Bewusstheit die Hauptursachen unserer Wut zu sehen. Meditation verhilft uns zu einem tiefen Blick in die Dinge, der uns ihre Natur offenbart. Wenn wir in unsere Wut hineinschauen, können wir ihre Wurzeln sehen, wie zum Beispiel Missverständnisse, Ungeschicklichkeit, Ungerechtigkeit, Verstimmung oder Prägungen. Diese Wurzeln können in uns selbst und in den Menschen liegen, die unsere Wut in der Hauptursache ausgelöst haben. Wir schauen achtsam hin, damit wir in der Lage sind, etwas zu sehen und es zu verstehen. Sehen und Verstehen sind die Bausteine der Befreiung, die zu Liebe und Mitleid führen. Die Methode der achtsamen Betrachtung, die zum Sehen und Verstehen der Wurzeln der Wut führt, ist von nachhaltiger Wirkung. Rohe Kartoffeln können wir nicht essen, aber wir werfen sie nicht gleich weg, nur weil sie roh sind. Wir wissen, dass wir sie kochen können. Wir geben sie also in einen Topf mit Wasser, den wir mit einem Deckel verschließen und aufs Feuer setzen. Das Feuer ist die Achtsamkeit, das Üben des bewussten Atmens und des Fokussierens oder Bündelns unserer Achtsamkeit auf die Wut. Der Deckel symbolisiert unsere Konzentration, da er verhindert, dass die Hitze aus dem Topf entweicht. Wenn wir das Ein- und Ausatmen üben, unsere Wut anschauen, brauchen wir etwas Konzentration, damit wir kraftvoll üben können. Deshalb lassen wir alle Ablenkungen beiseite und stellen das Problem in den Mittelpunkt. Wenn wir hinaus in die Natur, zu den Bäumen und Blumen gehen, wird uns das Üben leichter fallen. Kaum haben wir den Topf auf das Feuer gesetzt, beginnt sich etwas zu verändern. Das Wasser wird warm, nach einigen Minuten kocht es. Wir müssen das Feuer noch ein bisschen weiter brennen lassen, damit unsere Kartoffeln weich werden. Sobald wir üben, wie wir unser Atmen und unsere Wut bewusst wahrnehmen können, tritt schon eine Umwandlung ein. Nach einer halben Stunde heben wir den Deckel und der Geruch hat sich verändert. Wir wissen, jetzt können wir die Kartoffeln essen. Die Wut ist in eine andere Form von Energie umgewandelt worden, in Verständnis und Mitleid. Die Wurzeln der Wut Wut hat ihre Wurzel darin, dass wir uns selbst zu wenig verstehen, zu wenig über die tiefsitzenden wie auch unmittelbaren Gründe wissen, die die unangenehme Lage der Dinge verursacht haben. Wut wurzelt auch in Verlangen, in Stolz, Aufregung und Argwohn. Die tiefsten Wurzeln unserer Wut liegen in uns selbst. Unsere Umgebung und die anderen Menschen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Es fällt uns nicht schwer, den schrecklichen Schaden hinzunehmen, den Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen anrichten. Wenn aber Menschen Schaden verursachen, reicht unsere Geduld nicht sehr weit. Wir wissen, dass Erdbeben und Überschwemmungen Gründe haben und sollten einsehen, dass die Menschen, die unseren Zorn hervorgerufen haben, ebenfalls tiefsitzende und unmittelbare Gründe für das haben, was sie getan haben. Jemand beispielsweise, der in unverschämtem Ton mit uns redet, ist möglicherweise gestern gerade genauso angeredet worden. Oder in der Kindheit hat sein Vater, der ein Alkoholiker war, auf ähnliche Weise mit ihm gesprochen. Wenn wir die verschiedenen Gründe sehen und verstehen, können wir uns allmählich von der Wut befreien. Ich sage nicht, dass jemand, der uns bösartig angreift, nicht an Selbstdisziplin gewöhnt werden sollte. Am wichtigsten ist aber, dass wir uns zunächst einmal um die Samen der Negativität in uns selbst kümmern. Wenn dann jemand Hilfe braucht oder an Selbstdisziplin gewöhnt werden soll, werden wir das aus dem Mitleid und nicht aus der Wut heraus tun und auch keine Vergeltung suchen. Wenn wir uns aufrichtig Mühe geben, das Leiden anderer Menschen zu verstehen, werden wir eher auf eine Weise handeln, die ihnen helfen kann, ihr Leiden und ihre Verwirrung zu überwinden. Und das hilft uns allen. Innere Knoten In der buddhistischen Psychologie gibt es einen Begriff, der mit innere Formationen, Fesseln oder Knoten übersetzt werden kann. Bei einem Sinneseindruck kann sich, je nachdem wie wir ihn aufnehmen, in uns ein Knoten bilden. Wenn jemand unfreundlich mit uns spricht und wir den Grund verstehen und uns seine oder ihre Worte nicht zu Herzen nehmen, werden wir nicht verärgert reagieren und es wird sich auch kein Knoten bilden. Sollten wir jedoch nicht verstehen, warum so mit uns gesprochen wurde und wir ärgern uns, wird sich in uns ein Knoten bilden. Grundlage für jeden Knoten ist der Mangel an klarem Verstehen. Wenn wir volle Bewusstheit üben, sind wir fähig, innere Formationen in dem Augenblick zu erkennen, in dem sie sich bilden. Wir können dann Mittel und Wege finden, sie umzuwandeln. Eine Frau hört zum Beispiel, wie ihr Mann auf einer Party mächtig angibt. Sie spürt dabei, wie sich in ihrem Inneren eine Formation bildet, wie er in ihrer Achtung sinkt. Wenn sie mit ihrem Mann darüber spricht, werden die beiden vielleicht zu einem klaren Verständnis gelangen und der Knoten in ihr lässt sich leicht lösen. Innere Formationen brauchen sofort unsere ganze Aufmerksamkeit, wenn sie gerade entstehen und noch schwach sind, die Umwandlung noch leicht durchzuführen ist. Wenn wir unsere Knoten nicht gleich im Entstehen lösen, ziehen sie sich fester und stärker zusammen. Unser Bewusstsein, unser Denken mit seinem Rationalisieren weiß, dass negative Gefühle wie Wut, Angst und Reue weder für uns noch für die Gesellschaft ganz akzeptabel sind und so findet es Möglichkeiten, sie zu unterdrücken und den ferne Winkel unseres Bewusstseins zu verdrängen, damit sie leichter vergessen werden. Da wir dem Leiden aus dem Weg gehen möchten, schaffen wir uns Abwehrmechanismen, die die Existenz dieser negativen Gefühle leugnen und uns den Eindruck vermitteln, in uns herrsche Frieden. Doch unsere inneren Formationen halten stets nach Möglichkeiten Ausschau, sich in Gestalt von destruktiven Bildern, Gefühlen, Gedanken, Worten oder Verhaltensweisen zu äußern. Wir wollen uns mit unbewussten inneren Formationen befassen und müssen daher zuallererst Möglichkeiten finden, wie wir sie uns bewusst machen können. Wenn wir achtsames Atmen üben, werden uns möglicherweise einige der Knoten zugänglich, die sich in uns gebildet haben. Wenn uns die eigenen Bilder, Gefühle, Gedanken, Worte und Verhaltensweisen bewusst sind, können wir uns folgende Fragen stellen. Weshalb fühlte ich mich unbehaglich, als ich ihm das sagen hörte? Wieso habe ich ihm das gesagt? Weshalb denke ich immer an meine Mutter, wenn ich diese Frau sehe? Wieso gefiel mir der Typ in dem Film nicht? Wen habe ich in der Vergangenheit nicht leiden können, dem sie ähnlich ist? Falls wir auf diese Weise genau hinsehen, können allmählich die inneren Formationen, die in uns verborgen sind, in den Bereich des bewussten Denkens emporsteigen. Während der Meditation im Sitzen, wenn wir die Türen und Fenster der Sinneswahrnehmungen geschlossen haben, offenbaren sich uns die inneren Formationen manchmal in Gestalt von Bildern, Gefühlen oder Gedanken. Wir bemerken vielleicht ein Gefühl der Angst, der Furcht, des Unbehagens, dessen Ursachen uns nicht klar sind. Wir beleuchten es dann mit dem Licht unserer Achtsamkeit und machen uns bereit, die Bilder, Gefühle oder Gedanken in all ihrer Vielschichtigkeit anzusehen. Wenn sie ihr Gesicht zeigen, nehmen sie womöglich an Stärke zu und werden intensiver. Sie erscheinen uns vielleicht so stark, dass uns Frieden, Freude und Ausgeglichenheit verloren gehen und wir gar nicht mehr in Fühlung mit ihnen sein wollen. Wir möchten dann unsere Aufmerksamkeit vielleicht auf einen anderen Gegenstand der Meditation richten oder das Meditieren überhaupt abbrechen. Möglicherweise werden wir schläfrig oder sagen uns, wir würden lieber ein andermal meditieren. Die Psychologie nennt das Widerstand. Wir haben Angst, die in uns verborgenen Schmerzgefühle ins Bewusstsein zu heben, weil wir unter ihnen leiden werden. Doch wenn wir eine Zeit lang Atmen und Lächeln geübt haben, werden wir in der Lage sein, stillsitzend zu bleiben und unsere Ängste einfach zu betrachten. Da wir mit unserem Atem in Fühlung bleiben und weiter lächeln, sagen wir nur, Hallo Angst, da bist du ja wieder. Es gibt Leute, die das Meditieren im Sitzen jeden Tag viele Stunden üben, aber ihren Gefühlen nie wirklich ins Auge blicken. Manche von ihnen behaupten, Gefühle seien nicht wichtig und sie würden ihre Aufmerksamkeit lieber auf metaphysische Themen lenken. Ich sage nicht, dass diese oder andere Inhalte der Meditation unwichtig sind. Aber wenn sie nicht im Zusammenhang mit unseren realen Problemen gesehen werden, besitzt unsere Meditation wenig Wert und hilft nicht viel. Wenn wir wissen, wie wir jeden Moment auf wachsame und achtsame Weise leben können, wird uns bewusst, was sich im gegenwärtigen Moment in unseren Gefühlen und Empfindungen abspielt und wir werden nicht zulassen, dass sich im Bewusstsein Knoten bilden oder fester zuziehen. Und wenn wir wissen, wie wir unsere Gefühle beobachten können, werden wir die Wurzeln seit langer Zeit bestehender innerer Formationen finden und selbst die umwandeln, die recht stark geworden sind. Formationen zeigt, das 있나 und jeg mal wie wir sie bekommen sonra ab water und als auf klinischer Punkt und für zu onom und ї